Herzogin Meghan und Prinz Harry sind zu Gast in Nigeria. Das Paar ist auf Einladung des Generalstabschefs für einen dreitägigen Besuch in das afrikanische Land gereist. Und schon bei der Ankunft von Harry und Meghan wird klar, wie froh die beiden sind, wieder zusammen zu sein. Harry war zuvor allein für einige Tage in London. Während der Sohn von König Charles in seiner alten Heimat im Fokus der Öffentlichkeit stand, ist es nun seine Frau, die die meisten Blicke auf sich zieht. Kein Wunder, schon beim ersten Termin hat sich Meghan für ein sehr ausgefallenes Kleid entschieden. Eines, das sie früher nicht hätte tragen dürfen. Denn das rosafarbene, bodenlange Dress zeigt ziemlich viel Haut und offenbart, einen klassischen BH trägt die Herzogin hier nicht. Ein absoluter Bruch mit dem royalen Protokoll. Doch dass sie diesem nicht mehr folgt, macht Meghan nicht zum ersten Mal klar. Immer wieder zeigt sich die 42-Jährige in Lux, die nicht den Vorgaben des königlichen Hofes entsprechen. Meghan zeigt sich befreit und gut gelaunt und macht auch bei diesem Auftritt einmal mehr klar, was die Familie in Großbritannien über sie denkt, ist ihr herzlich egal.